Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wieder als Survivor. Zwei Runden Kille hatten wir, einmal mit Spirit, einmal mit Legion. Jetzt geht's weiter als Survivor. Zwei Ründchen. Und ich hoffe, es läuft so wie ungefähr gestern. Gestern war okay. Ich hab so die Hoffnung, dass es gut wird. Zwei Stunden geht's wieder zu meiner Mutter. Wir haben zwar den 27., aber heute wird Mittag gegessen. Mit ein paar anderen Familienbegielern, die die letzten Tage nicht konnten. Und ich hab eigentlich überhaupt keine Lust. Eigentlich überhaupt keine Lust. Freitag sind vorbei. Wir können aufhören zu feiern. Aber ist nicht zu Ende. Gibt's wenigstens lecker Abendbrot. Mittagessen? Ich hatte heute noch nichts. Egal. Ja, auf jeden Fall, wenn es Essen gibt, ah, freu ich mich drauf. Aber jetzt gibt's erst mal ein fröhliches Schlachtfest von drei Leuten. Ich hoffe, ich überlebe. Und ich hoffe, ich komm' irgendwann mal in den einstelligen Rangbereich. Aber hey, man will ja nicht zu viel warten. Und ich hab' sehr viel aber gesagt. Ich fäll' mir gerade auf. Deshalb höre ich auf, es zu sagen. Au, so. Der Balken bewegt sich nicht nach vorn. Er bewegt sich nach vorn. Ja, das gefällt mir. Einmal richtig schön von links nach rechts. Ja. Guter Balken. Voll ist immer gut. Komm schon. Ich bin bereit. Los. Freddy's Map. Hier ist meistens ein Gen noch direkt. Ja. Keine Ruhe. Keine Kettensäge zu haben. Einer wird verfolgt. Ja, der No-Miver-Typ ist auch jetzt schon down. Er ist natürlich One-Hit. Aber damit kann man davon ausgehen, dass es nicht Legion ist. Kann Schisswitz auch nicht sein. Okay, wurde schon befreit. Ah, kacke. Der Generator ist so laut, dass sich die Tür rauskommt. Was killern dann hier? Okay, wir haben zwei Gents. Malke Meyers hätte jetzt auch schon, glaube ich, eine Stufe erreicht. Hi. Kannst du mir sagen, welcher Killer es ist? Die Hälfte der Gents ist fast getan. Also, die Hälfte ist schon drüber. Aber hey. Wir haben die Killer noch nie mal gesehen. Freddy ist die wenigsten auch nicht. Spirit! Okay. Ich hoffe, da soll ich mich woanders verstecken. Du juggest sie. Okay. Die Fähigkeit sollte sie jetzt erstmal noch nicht so schnell haben. Ist ja schön. Oh, hopp, na. Hey! Ich wurde eingeladen. Musst warten. Du musst warten. Ich will, dass noch der Exposed-Effekt aufhört. Keine Lust, One-Hit zu sein. Meine Fresse, es ist hier dunkel. What ist da hinten? Okay. Dann sollten wir den Generator hinbekommen. Komm schon. Fähigkeit checks, bitte. Ist das hier schon immer so dunkel gewesen? Okay. 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 Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich habe jetzt das Gefühl, dass da gleich welche mit dem Jen fertig sind. Deshalb suche ich gerade schon die Ausgangstür. Na? Na? Okay, anscheinend nicht. Ich komme. Ich bin da. Komm, lass mich dich schnell heilen. Lass mich dich schnell heilen. Was machst du? Warum? Oh. Frag sich jetzt, hat sie ein rotes Mowey oder hat sie ein grünes? Oh, hoppla. Hi. 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 Nö. War ja einfach. Na, komm her. Räumen wir irgendwann? Kann ich dich heilen? Irgendwann mal? Sag mal, dude. Alles klar bei dir? Achso, du hast nur Milwa. Ja. Du bist ja nur Milwa-Typ. Und dann hast du es noch nicht mal auf der maximalen Stufe und machst dir nur noch Lärm. Oh Gott, sie hat das Rote. Oh Gott, sie hat das Rote. Die will alle tot sehen. Wer hat dich verletzt? Wer hat dir wehgetan? Nö. Nö. Nö, nö. Nö, nö. Kannst du bitte den zu Boden schlagen und umbringen? Oh, da hat sie echt das rote Maui. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Scheiße. Scheiße, ich dachte, ich kann sie austricksen. Wieso willst du mich so unbedingt, hä? Du bist eine dumme Kuh. Ah, der wird drauf gehen. Er wird drauf gehen, das war klar. Eine rote Moria. Oder hat... Nein, Devourer Hope. Hatte sie Devourer Hope? Haben wir so viele schon vom Haken geholt gehabt? Das kann sein, ne? Da ist noch mal eine Rune kaputt gegangen. Hatte ich umsonst Angst? Die hat ihn jetzt auch an den Haken gemacht, anstatt ihn zu töten. Ja, das war Devourer Hope. Sehr wahrscheinlich. Hatten wir echt schon ein Fünfer-Stack voll. Und darum die ganze Zeit der Exposed-Effekt. Ja. Ich dachte, das wäre eine Bug-Anzeige, dass das Totenkopf-Symbol nicht weggeht. Ja, ein Clip. Okay. Devourer Hope. Ja. No way. Alter. Die spielt mit vier Totems. Also wenn ein Rang 3er schlechter ist als ich. Dann bin ich glücklich. Aber hier, Decisive, Decisive. Das ist lächerlich. Hört auf, mit sowas zu spielen. Das ist einfach nur nervig. Aber gut. Da ich eingeladen wurde, jetzt die Party, werde ich jetzt auch Pause machen. Bis heute Abend. Eine Folge Survivor geht dann auch. Oder ein bisschen mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich das sonst auch immer sage. Wenn es euch gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren. Je nachdem, wie ihr es wünscht. Haut rein, Leute. Tschö mit Ö.